Ich bin ein Impostor und dann fliege ich raus, ey. Das ist ärgerlich. Jetzt bin ich erstmal Q-Mate. Ja! Okay. Warte, was? Warte, was? Wer war das gerade? Oh Gott, das wird mir peinlich. Er hat sich nicht gemutet. Er hatte sich nicht gemutet. Aber keiner weiß, wer es war. Keiner hat die Stimme erkannt. Sie wusste nicht, wie es war. Er hatte schon gejubelt, aber es war nicht ganz klar. Keiner kannte seine Stimme, daher... Oha! Er entdeckt eine Leiche, aber er sah sie nicht. Was zum... Ähm... Ich habe die Leiche nicht gesehen, es war dunkel. Ja, was seid ihr? Ich habe den Reports-Button gesehen, aber ich bin da rumgerannt und habe geguckt, wo es gleich war. Okay, also ich bin jetzt gerade bei... Ich bin gerade bei O2 reingekommen, laufe dann da nur durch. Ich sehe einen irgendwie wild umherlaufenden Zwerge. Ja, weil ich den Report-Button gesehen habe und panisch geguckt habe, wo ist der? Durch mein Lichtkreis wiggeln und dann ist unten im Boiler-Room, also da vor diesen Rädern, liegt dann Gysi. Das wusste ich halt nicht. Ich habe da gesucht, japanisch gesucht. Wo kann ich... Aber wieso drückst du denn nicht einfach auf den Button und sagst, wo du bist? Weil ich wissen... Weil ich erst mal wissen wollte, wo der ist. Damit... Damit... Wenn ich dann gefragt werde, wo ist der, dann kann ich sagen, äh... Weiß ich nicht, wo... Ja, aber das ist doch scheißegal, da hätten wir wenigstens gewusst bei O2. Dann bin ich direkt sass. Da ist der genaue Standort. Eben. Aber ich will doch nicht direkt sass sein, wenn ich dann sage, äh... Weiß ich nicht, wo... Vor wie vielen Sekunden hast du ihn denn gekillt, Spergi? Das muss dann ungefähr noch bevor ich da unten gekommen bin gewesen sein. Ach, du hast erst gekillt und bist dann reingekommen? Das ist immer mehr interessant. Ungefähr so. Wie warst du das denn? Vielleicht ist Lenny auch im Poster und schiebt es jetzt natürlich auf mich fahren. Ist ein Safe-Report. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin auch offen... Ich bin von oben gekommen. Da hätte ich dich ja sehen müssen. Du bist ja mir noch entgegengelaufen später dann, halt in O2, in dem Eingang da. Der hätte ich dich ja sehen müssen. Übrigens, ich glaube, Charlie kann den Kill auch nicht gemacht haben. Die ist Anfang der Runde oder... Lenny ist auch jetzt erst aus. Also kurz nach Anfang der Runde in Specimen rein. Hm. Also ich habe halt niemanden gesehen. Ich habe Felix an der Weather-Node oben dann halt vor Storage... Genau, und danach war ich in Weapons. Ja, Felix erst. Warum hast du den denn nicht sofort reportet, Lenny? Meine Frage umgedreht. Du warst doch dieses... Ich habe dich da nur rumwiggeln sehen und bin dann halt inser nach unten gelaufen und dachte, alles klar, dann wird da wo die Leiche sein, wenn du aus der Richtung kommst. Ich habe dich doch auch da zwei Minuten drinnen gesehen gefühlt. Ja, komm, ich bin da rein, habe dich wiggeln sehen, auf einmal sehe ich den Report-Button und ich drücke halt drauf. Warte, 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 warte. Jetzt geschuldigt der eine den anderen. Ja, beim O2-Raum, bei den Rädern. Beim Baum, ach so. Also, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, also du hättest genauso gut einfach irgendwie drücken können und sagen können, ja, ich bin gerade bei O2, irgendwo da in dem Umkreis muss jetzt halt die Leiche liegen, weil das ist ja, der Report-Button geht ja jetzt nicht über, geht ja nicht bis Matt Bay oder so. Dann stellen wir mal fest, Lenny verdächtigt mich und ich verdächtige Lenny. Da sind wir jetzt. Ja, halten wir halt einfach so fest. Aber eine wichtige Frage habe ich da. Lenny kann es fast nicht gewesen sein, weil der Kind ist schon ein Gesiebner her. Ach so, ja, dann. So, irgendjemand hat eine Frage. Das ist halt dann aber schlecht mit Zwerge, aber. Erste Runde wieder, Zwerge, mach doch so nicht. Also, was ist eine Frage? Warum sollte der so rumwegeln und nicht weglaufen? Skybrake anfangen, eine Frage. Also, Felix, wo bist du jetzt gerade? In Weapons. Ja, dreist die Lüge, wir sind alle in Office. Nee, Skybrake, mach jetzt nicht für den, Alter. Nein. So, ich laufe jetzt mit dir mit, Lenny, damit du damit mal siehst. Mann, das kommt ja aus beiden Ohren. Hätte ich nicht verdichtet, ich bin... Er kommt jetzt, Lenny. Ich bin auf jeden Fall mit dir hier geblieben. Ich habe die Sache hier. Ich habe noch die Sache hier. Ah, K-Zweib. Nee. Ich werde auch hier wieder gekillt. Wo ist der Lenny? Da ist der Lenny. Da habe ich eine Task. 327. 427. Na, sie sind jetzt alle bei Elektrikul. Ich werde es dann machen. Dafür will der mir nicht folgen. Ich habe doch gesagt, ich folge dir, Lenny. Was hat es los? Nein. Ich war da wieder unten, wo ich gerade gemeldet wurde. Kami. So, ich fange mal direkt so an. Wer war wo? Kami war gerade so Richtung Specimen. Das weiß ich. Ja, ich war im T-Con. Ich bin einmal querlich Map gelaufen, bin dann wieder dort unten, wo ich angefangen habe. Ich bin so fast hinter Kami, würde ich sagen. Ich bin am Baum. Am Ort des Gestehens. Ich bin auch am Baum mit Lenny. Geil. Geil. Nee. Also Lenny ist safe. Ich war die ganze Zeit bei ihm. Ja, Leute, darf ich jetzt kurz ausreden, bitte? Also, ich bin gerade in den Lab rein und stehe jetzt nicht da, wo man zu dem Bohrer reingeht, sondern noch einen weiter, genau da in der Türschwelle. Ah, okay. Wo waren die anderen? Was für ein Bohrer? Ich habe einen Baum mit Lenny. Ja. Das ist richtig. Baum. Baum, Baum. Oh, ja. Also Felix, Susi und Lenny waren beim Baum. Ich würde sagen, Skip oder was? Ja. Ich habe noch nicht mal gesagt, wo sie war. Ich weiß noch nicht mal. Ich kann sagen, wo ist die gleiche eigentlich. Sie war in Madbell, auf dem Madbell-Scanner. Okay. Also, ich wäre es für's. Wir kamen dann von rechts in die Electric rein. Das waren Kami und Lenny. Das war in die Electric? Ich war mit Lenny. Ja, ich habe Slide gefixt. Das Licht war nochmal aus, genau. Kami haben Licht angemacht, dann kam Skybreaker, kam dann irgendwann auch, glaube ich, von rechts rein. Ich habe dich halt nur reingekommen sehen und ich dachte, du hättest eine Rechtstendenz gehabt. Ich bin doch hier der Braune. Leute, ich bin hier der Braune. Ich bin hier der Braune-Avatar. Wer hat gerade gesagt, dass er mit Lenny war? Ich glaube. Nee. Der Fehliger. Beim Licht meinst du, da war ich. Also ich war zuerst da und als ich dann... Zwergi meinte doch, er wäre die ganze Zeit mit Lenny gewesen. Jetzt nicht Felix, sondern irgendjemand anders. Vorhin hat einer gesagt, er läuft die ganze Zeit jetzt Lenny hinterher. Ich weiß nicht. Das war ein Zwergi. Ich war es. Also Zwergi war halt gerade eben auch in O2 nochmal. Ich bin halt Lenny hinterher gelaufen. Damit er sieht, dass ich es nicht bin. Also Zwergi, hast du Lenny und Felix zusammengeheben? Nein, der ist unten hingelaufen. Zwergi, hast du gerade gesagt, dass du am Baum wärst? Nee, ich bin da unten bei hier Flaschen. Ich mache gerade Flaschen. Ja, aber du hast also safe Lenny und Felix zusammengesehen. Ich weiß nicht mehr, ob ich Felix... Ich habe mich auf Lenny konzentriert, um denen zu zeigen, dass ich nicht Sus bin. Okay, dann ist Lenny... Felix kam halt erst später dazu, aber der ist auf jeden Fall bei mir. Kann ich absolut nicht sagen. Ihr habt mich gerade beim Download unterhalten. Aber Lenny ist definitiv nicht im Poster. Der war die ganze Zeit bei mir. Der hat mich getötet. Wer ist denn jetzt alles in Mad Bay drin? Also ich, Lucy, Sky und die Leiche. Ja. Aber die muss vor Lights gewesen sein. Oder Highlights. Vielleicht kann die ewig da liegen. Ja, deswegen. Na, na, ewig auch nicht. Aber ich würde so sagen, so kurz vor Lights oder Highlights. Das ist nicht komplett früh. No, unboss ejected. Es gibt... Also da unten habe ich noch Tasks. Ja, da habe ich eine. Oh, da habe ich die Wasserräder gleich wieder. Labyrinth. Na, komm. Na, komm. Blöde Maus. Machen wir mal hier Wasserrad. Sehr gut. Das ging noch schnell. Weapons habe ich leider nicht. Sonst könnte ich allen endungsvoll beweisen, dass ich es nicht bin. Felip, Felip, Felip. Irgendwie nerviger Sound. Und Dreh das heute hier Nummer 3. Nein, jetzt kein Reporten. Sehr schön. Felix, 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 Felix. Er ist ein kleiner und toller Rand. Ach so, war noch eine. Sehr hübsch. Die Laboratorie muss jetzt rüber. Erstmal vielleicht rumfixen. Oha. Der Schwarze wollte Strom fixen gehen und ist dann dort geliehen. Wohl. Okay. Labyrinth ja noch. Ich wollte gerade auch zum Strom fixen gehen und habe den Schwarzen dort entdeckt. Charlie liegt bei... War jemand an den Lifelines? Nee. Ich habe zuletzt Elfinitian gesehen. Unten bei den Specimen. Wartet, Felix habe ich unten beim... Felix stand fast AFK dort unten beim Baum dort, bei dem Baum bei der Flasche und so weiter. Wie heißt der Raum dort unten? Der war noch hinter mir. Also der... Felix ist safe. Der ist dort unten. Du hast Elfinitian in Sweseming gefunden? Also getroffen? Ja. Ich bin dir in Deacon entgegengekommen, ne? Ja. Wo liegt denn überhaupt Charlie? Im Stromdingens, hier im Licht, im Elektriker. Im Licht. Skybreaker? Skybreaker, die haben wir gesehen. Im Licht ist er gegangen. Skybreaker habe ich gar nicht gesehen. Aber Elfinitian, Lucy und ich, wir waren alle drei zu weit weg. Also Felix war mega weit weg. Der war dort unten. Dort unten. Ja, dann, äh, sorry, aber Lars, dann kannst doch du und Lenny sein. Ja. Ja, und ich bin halt nicht dort gewesen. Ich bin halt, äh... Ich bin halt Strom fixen gegangen. Ich war dort unten und bin da hochgekommen. Wir haben ja noch zwei im Posto. Charlie, hast du denn Lenny da gesehen? Felix hat mich ja gesehen. Ich war dort unten bei ihm. Ähm, darf ich mal kurz zum Wort kommen? Mach. Da hast du noch zwei sein können. Wenn Felix die ganze Zeit AFK stand. Und... Ich hab gedownloadet. Ja, gut, dann kam es mir so vor wie AFK. Da hast du noch was. Deswegen würde ich jetzt einfach vorstellen, wir schmeißen erst Zwerch raus. Jut, ich bin es halt nicht. Und danach Lenny. Da seid ihr halt blöd. Lenny ist safe, weil der war die ganze Zeit bei mir und ich bin es nicht. Ja, deswegen. Da seid ihr blöd. Könnt ihr machen, aber... Hast du denn jemanden da gesehen? Nee, ist halt scheiße. In der ersten Runde... Es war halt dunkel, ich hab niemanden hier gesehen. Da stand jemand in dir, kam irgendjemand durch mich durch. Ja, der einen AF Report gemacht hat. Äh, beziehungsweise, dass er halt in O2 gekillt hat, weil er da irgendwie so umhergelaufen ist und danach halt irgendwie nicht genau wusste... Das war halt ne blöde Aktion, aber ich war's halt wirklich nicht. Also mit Zwerch ziehe ich auf jeden Fall mit, weil wir müssen voten und der war halt jetzt schon mehrmals Tastow. Das ist halt die Sache. Oh Mann. Ja gut, kann ich auch für mich selbst voten. Ist ja eh... Das ist ein ehrvoller Abgang, Zwerch. Das seh ich. Das rechne ich dir sehr hoch an. Ich war's halt einfach nicht. Dumme Aktion anfangen. Ich hätte mich... Ich könnte mich gerade selbst treten. Das ist... Ich könnte mich selbst ins Gesicht latschen. Meine blöde Aktion. Da rumzuhasseln. So, jetzt mach ich hier noch Tasks. schon mal ein Teil zur Gesellschaft mit dazu. Wenn Nennys jetzt ist, dann wird's mich sehr wundern. Das ist halt... Raus. Ich bleib bei der These. Aber warum ich? Ich bin nicht einmal Sass gewesen. Ich habe nichts gemacht. Das war ja kein Ausrüstverfahren. Ich bin nicht mehr Sass gewesen. Aber das war ja kein Ausrüstverfahren. Ich habe es doch gerade gesagt, Lenny. Das ist... Lenny ist das nicht. Das ist eigentlich ein Dun-Deal. Aber warum auch das erfahren? Das ist... Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Das ist... Wie viel Tasks hatten ihr alle noch? Nee, ist so unzassbar. Das ist so... Das ist... Nee, ist es nicht. Es kann sein, dass ich... Das ist... Also ich habe nur noch eine. Ich habe nur noch in... Ich muss nur noch in Zock. Ich muss nur noch in den Leuten starten und dann bin ich fertig. Also ich habe jetzt nur noch eine in O2. Ich... Wenn wir jetzt einfach sagen, wir gehen mal davon aus, Zwergi war richtig, dass wir jetzt einfach sagen, wir machen... Ja, kann ich... War eigentlich... ... dass wir jetzt Tasks fertig machen, einfach. Ja, ich verstehe. Das ist ja blöd Aktion. Und bei einer neuen Leiche eventuell dann neu entscheiden, aber... Ja. Wenn wir für die Klage machen, aber ich weiß nicht, muss es gewesen sein. Dumm, dumm. Es kam für diesen Kling keine andere Anfrage. Alle anderen waren bei... Waren entweder auf der rechten Seite, die kamen von oben. Und... Also einer von der Speiten, weil die beide da in dem... in der Nähe wart. Entweder Lenny oder Felix. Äh, was? Wer war wo? Ihr beide wart die einzigen mit... äh, Zwergi in der Nähe von Electrical. Ihr beide... Ich hab's doch erklärt, Lucy. Ich hab's doch erklärt. Ich bin von oben gekommen. Ich hab innerhalb von ein oder zwei Sekunden habe ich die Leiche gefunden, womit sich Zwergi offensichtlich irgendwie unfassbar schwer getan hat, weil der irgendwie nach oben, unten, links, rechts so ganz komisch gelaufen ist. Das ist, äh... Das war offensichtlich, dass er Imposter gewesen ist. Also ich hab nur gesehen, wie Zwergi nach oben gerannt ist. Ich skipp das Ganze. Also ich skipp das auch, weil wir einfach mit den Tasks jetzt gewinnen können. Wir haben eine neue Leiche, können wir einen neuen Schein. Eben. Und ich bin mir mit Lenny hundertprozentig sicher. Ich hab den Lenny doch... Jetzt sagen die im Chat, dass es Lenny war. Natürlich. Was der mich auch sofort abschuldigt. Natürlich. Natürlich. Der stand ja auch um. Der hat ihn auch nicht reportet, weil er ihn getötet hat. Natürlich. Was auch sonst. Man steckt den noch die ganze Zeit. Ich lauf mit dem mit und sag, der ist es nicht. Natürlich. Der hat es... Natürlich. Ja, ich bin so ein Vollrank. Das ist hier wirklich... Also grenzfertig debil. Das ist doch hier. Ich lauf mit Lucy mit. Mal schauen, was er denn hier ist. Danke, Kami. Das war die amtrichtige Entscheidung. Ach, du Scheiße. Und ich decke auch noch... Ich decke Lenny. Ich decke Felix. Ach, wo ist das denn? Ich könnte nicht gerade dermaßen ins Gesicht latschen. Das war echt gut gespielt von euch. Nicht wirklich. Danke. Oh, das ist so dumm. Oh, schön. Alter, Zwergi, du... Ich war überhaupt nicht in O2, Alter. Sau dumme Aktion. Ich habe auch noch... Ich habe Lenny... Ich habe Lenny gedeckt und ich habe... Ich habe ihn gedeckt. Ich habe beide Imposter gedeckt. Ich bin... So eine dumme Aktion. Zwergi war schon... Du halt übel verdächtig. Zwergi hat alle ausgeschlossen. Zwergi hat halt alle ausgeschlossen. Irgendwie außer sich selber und dann mir anderen schon drei sagen konnten, wir waren es nicht, wenn wir halt zusammen waren. Nee, nie kostet der. Und dann hat Zwergi halt dafür gesorgt, dass er ausgemotet wird. Das ist so so eine dumme Runde. Waren es jetzt zwei Runden? Das waren zwei Runden. Aber das war die dümmste Runde, die ich mir je geleistet habe. Das ist... Stimmt, ist Quatsch. Ich hatte vorher schon... Ich hatte in vorigen Spiels schon dümmere Runden. Hatte keine Runde? Meines Geistes. Ich hatte schon dümmere Runden. Schön. Hast recht. Spaß beim Sterben. Tschüss. 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 Tschüss.